Ich erfasse den Signalsender einer Rettungskapsel hinter dem Hügel. Vielleicht geht's über Lebenden. Ich bin wieder da. Ich bin es. Willst du mir nichts sagen? Nee, nee. Ich bin ja da. Kein Problem. Jetzt bin ich ja da. Keine Sorge, Sergeant. Wir bleiben hier, bis das EWAG-Schiff kommt. Aufpassen! Einem Anflug befindliches Land und Schiff der Allianz hier drüben. Was? Dann gehen wir gleich mal hin. Aber ein Medipack bräuchte ich. Danke. Gesundheitspaket. Ja. Ähm, wo... Ah, da sind die. Das denke ich schon. Ich hab alles verkackt. Ähm, ja, gleich mal. Ballern, 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 ballern. Ach, diese Schutzschilde nerven. Aber man kann trotzdem da rauf boxen. Ach. Mein Gott, habt ihr alle Probleme, oder was? Da, das verfolgt dich eh. Hey. Hast du Probleme? Was geht denn mit dir ab? Hilfe! Das ist ja wirklich ein Fail-Pud. Ja, du, Köln. Schmeißt Granate, der Idiot. Ähm, ja. Headshot. Nein! Nein! Ich weiß nicht, was los ist. Mann, 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 Mann. Schaffe ich überhaupt was? Ja, jetzt geh ich gleich nach rechts. Und da ist dieser komische Typ. Ja, wie bist du da so schnell hergekommen? Ach, ich frag lieber nicht. Da bist du. Tschüss. Ähm, lebt da noch einer? Ja, tot. Ja, ja, ist ja gut. Oh nein, nein, nein. Ich hab vergessen. Das ist ja... Wenn man ein... Eine Runde geschafft hat, dann kommt halt die nächste Runde auch. Das ist cool. Man muss warten und irgendwann gehen sie auch runter. Und wenn... Entschuldigung. Wenn man da vorne... Kommt auch mal nochmal so ein Schiff. Und wenn man da früher als das Schiff da ist, dann... Muss man ungefähr... Ein paar Sekunden warten und dann erst bewegt sich das. Keine Ahnung warum. Schaut cool aus. Ah, und man kann die Leute schon in den Schiff töten. Ähm, ja. Hallo. Einer weniger. Okay. Oh, oh. Das ist schön. Das ist schön. Haha. Da lebt hier noch einer. Du. Oh nein. Die sind schon da, oder? Wo sind sie? Ach, da. Ja, wenn ich jetzt wirklich Glück habe, dann schaffe ich es. Ja, das ist das Schiff, was ich gemeint habe. Ja, jetzt bewegt sich das. Und wenn ich jetzt wirklich Glück habe, dann kann ich... Da. Schaut wirklich witzig aus. Und die kommen dann als Leichen raus. Hä? Ich werde angegriffen. Ach, ja, da. Nein! Grenate! Ach, ein roter. Ein roter Bastard. Ach, Hilfe. Ich habe nur noch einen Streifen. Nein, nicht noch ein Schiff. Ich spiele irgendwie voll auf Risiko. Ich weiß nicht, warum. Komm schon. Komm schon. Nein, 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 nein. Ja, nochmal zum letzten Kontrollpunkt. Geht nicht. Für du... Äh, zurück zu gespeichert. Genau. Ähm, lieber nicht. Nee, nee. Ich weiß ja nicht mal, wo gespeichert ist. Los, komm her. Du bist der Nächste. Tote. Du auch. Wo greifen die jetzt an? Ach, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hä? Ach, der ist schon tot. Und hier kriegt er eine Granate. Ach ja, da ist ja auch noch ein Midi-Pack-Kit, was weiß ich was. Komm schon. Ach, da. Einer ist noch am Leben. Hier ist Pelikan Echo 419. Kann mich jemand hören? Wiederhole. Ich, ich kann dich hören, aber ich will dich nicht hören. Roger Echo 419. Hier ist Feuer Team Charlie. Wie hören Sie? Sind Sie das Fauxhammer? Charlie. Ja, schön auch euch zu hören. Oh, Helmer, wir brauchen einen Transport zur Kommando-Fähre. Komm, kuscht euch. Danke. Noch mehr Rettungskapseln. Sie sind im schnellen Anflug. Ja, jetzt, jetzt kommt es. Komm, zeig. Da ist unser, unser Auto. Da ist eine Rettungskapsel. Da noch eine. Und. Ach, da ist noch eine. Irgendwo ist schon mal eine gelandet, aber ich weiß nicht, wo. Ja, leider ist es das doofe bei Halo 1. Ich brauche nur einen Beifahrer. Ein Beifahrer. Leute. Ja, ja. Komm, entbehren. Danke, genau. Dich brauche ich. Bist ein bisschen angeschlagen, aber egal. Ich finde das cool. Immer so. Irgendwie sagen die Jan. Jeha. Oder irgendwie so. Haben sie schon mal gesagt. Das doofe an Halo 1 ist. Man kann nicht selber Schütze oder Passagier. Irgendwo hüten. Kann man Passagier... Wir haben hier Zugriff auf das Datennetz der Allianz. Wir übertragen taktische Daten auf unverschlüsselten Kanälen. Man kann nicht Schütze oder Passagier werden, weil keiner dann fährt. Bei Halo 2 und die anderen Nachfolger... Ja, jetzt, sei leise. Funktioniert es natürlich, aber... Das doofe ist, ich kann gar nichts machen. Ich kann nicht Licht einstellen. Ich kann nicht mal schießen. Ich kann nur bremsen und fahren. Wow. Wupp. Stopp. 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 Danke. Da braucht man etwas Schwung. Weil sonst kommt man da nicht rüber. Da. Schlucht. Draftin. Draftking. Los, 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 los. Und los geht's, die Ballerei. Zerkutscht. Los, macht sie alle. Hey, hey, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Den will ich anfahren. Ist das alles, was du drauf hast? Ich will ihn anfahren, sagte ich. Nein, nein, dich, 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 dich. Idioten. Nein. Ihr denkt euch, wie kann ich nur so dumm rumfahren? Wo, wo, wo? Meinst du die zusammengefahrenen? Ja, ja, die habe ich auch schon gesehen. Komm, da ist noch ein paar. Das ist eigentlich relativ unwichtig, ob man die hier tötet oder nicht. Ich könnte jetzt meine Männer hier stehen lassen. Ich kann's gar nicht mehr abwarten. Weil ich eigentlich auch ein eigenes Ziel habe. Und zwar die Lichtbrücke einzuschalten. Ich hab Feuer. Boah. Idiot. Wie kannst du nur eine Granate werfen? Nur das Doofe ist, man kommt nicht sofort darauf, dass man die Lichtbrücke aktivieren muss. Außer man schaut hier hin. Oder man geht bis zum Ende und dann steht da, ja, schalte die Lichtbrücke ein oder irgendwie sowas. Und ich hab keinen Bock drauf. Und außerdem, man braucht eine Granate. Und so eine Granate. Weil jetzt hat Kommen Hallo? Zwei von roten Leuten. Hallo? Ach. Oh, oh, oh. Habt ihr das gerade gesehen? Das ist seltener Fall, dass das passiert, wenn man... Wenn einer rumsteht und wieder seine... Äh, seine Pose macht, dass er einen umbringen will. Dass du ihn anballerst mit der ganzen Munition, was du gerade hattest. Äh, einmal Stack. Äh, ballerst du ihn an. Du triffst ihn mit allen Nadeln. Und, äh, er explodiert einmal. Er explodiert zweimal. Und dann explodiert auch noch seine Granaten. Was saugeil gerade ausgesehen hat. Normalerweise sind das immer zwei. Komisch. Ja, ich nehm schon fast ne halbe Stunde auf. Lichtbrücke aktivieren. Bitte. Danke. Kontrollpunkt abgeschlossen. Kontrollpunkt abgeschlossen. Ja, Leute. Ähm, ich sag mal, ich mach mal hier einen Cut. Vor allem, weil ich runtergefallen bin. Wie... Oh, ne... Ah, das nervt. Ach ja. Hier kann ich noch nicht drauf springen. Und deswegen wundere ich mich, warum ich gestorben bin. Hey, witzig. Ja, ich sag mal, dass ich hier mal einen Cut mache und im nächsten Part geht's dann weiter. Mit nach der Luftbrücke, äh, Luftbrücke, nach der Lichtbrücke und dann schauen wir mal, wo wir diese Überlebenden finden, wie viele Überlebenden wir finden und was für Waffen wir noch sehen werden. Also, ich sag mal, ah, ich versuche jetzt mal den Trick da mit den Granaten, äh, hilfe ich sie gar nix, zu dunkel, danke, Licht. Also, einmal nach oben schauen und auffangen, komm, 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 ich fang die, ich fang die, ähm, hab ich sie? Nein, ich hab sie nicht! Ah, doch, ich hatte sie, cool. Ich hätte nur noch eine werfen sollen. So, probiere ich's nochmal. Einmal, zweimal. Eine, zwei. Ja, das meine ich. Cool, ich hab den ersten irgendwie überlebt. Na, egal. Ähm, ja. Machen wir weiter im nächsten Part von Halo. Tschüss, Leute! Tschüss, Leute!